Den Anfang im alljährlichen Fußball-Duell zwischen FIFA und PES macht dieses Jahr Konami mit Pro Evolution Soccer 2013. Die Japaner haben ihrer Erfolgsserie einige sinnvolle Gameplay-Neuerungen verpasst. Die neuen Manöver zu meistern ist anfangs jedoch eine Herausforderung. Wir haben nun die volle Kontrolle über Pässe und Schüsse und bestimmen nicht nur die Wucht und Richtung des Balls, sondern auch seine Höhe und Rotation. Auch bei der Ballannahme stehen uns eine Menge neuer Optionen zur Verfügung und wir können entscheiden, ob wir zum Beispiel den Ball anlupfen oder einen Volley-Schuss antäuschen wollen. Es empfiehlt sich, all diese neuen Techniken erst eine Weile zu trainieren. Sind sie erst einmal verinnerlicht, laufen sie aber wie von selbst. Auch in Sachen KI hat sich einiges getan. Die Abwehr orientiert sich dynamisch an der Position des Balles, das Wechselspiel zwischen Angriff und Verteidigung funktioniert flüssiger und vor allem die Keeper agieren deutlich intelligenter als noch in der letzten Auflage. Auch wenn die KI immer noch kleine Schwächen bei der Abwehr aufweist, wirkt das Spielgeschehen nun realistischer und flüssiger. Das neue Player-ID-System sorgt zudem dafür, dass einige Dutzend der Spieler nun nicht nur charakteristische Animationen, sondern auch individuelle Moves spendiert bekommen haben. Dadurch und durch die neuen Techniken wird Pässe 2013 abwechslungsreicher als seine Vorgänger. Die PC-Version glänzt durch hochauflösende Texturen und ein flüssiges Spielgeschehen. Die Konsolen-Varianten erreichen diesen hohen Standard leider nicht. Steuern lässt sich Pässe 2013 am besten per Gamepad, doch auch die Tastatur-Maus-Version funktioniert gut. Lizenztechnisch gucken Bundesliga-Fans wie immer in die Röhre. Lediglich der FC Bayern München ist enthalten, ein zweiter Verein soll in einem Patch folgen. Dafür wurden die komplette spanische, italienische, holländische und französische Liga lizenziert. Im Fall von England wurden die Vereinsnamen verfremdet, die Namen der Kicker jedoch nicht. Mit dem leistungsstarken Editor lässt sich aber alles anpassen. Ebenfalls nichts geändert hat sich an den Stadionkommentaren. Leider, denn diese sind so unpassend wie eh und je. Insgesamt kann Pässe 2013 aber auf ganzer Linie überzeugen, gerade durch die neuen Steuerungsoptionen und die überarbeitete KI. Die Spielspaß-Gesamtwertung von PC Games beträgt 90 Prozent.